...Schiffe, die den Planeten zerstören. Wir müssen diesem Kommando helfen. Das ist nicht dein Ernst. Mir reicht's. Ich hab die Schnauze voll. Captain Quark wird's noch leid tun, sich mit mir angelegt zu haben. Es geht doch nicht mehr um Captain Quark. Hier werden Unschuldige umgebracht. Ja? Diesen ganzen Heldenquatsch hab ich einfach satt. Ich hab selbst genug zu tun. Ratchet, du bist nicht mehr der Alte. Was weißt du schon über mich? Du hast die ganze Zeit nur Quark gesucht. Du weißt doch gar nichts über mich. Ich weiß, dass du das Richtige tun wirst. Genau. Und was ich jetzt tun will, ist Quark finden. Wie startet man dieses Mistding? Weißt du's nicht mehr? Man braucht einen Roboteranlasser dafür. Ich starte das Schiff, wenn du diesem Kommando dafür hilfst. Toll. Erpressung also. Na gut. Halt einfach die Klappe und starte.